Kann sich irgendwo in der Nähe einmieten? Scheiß drauf Fahre ich hier mal ein Ich habe das Gefühl der Job ist nicht gut, weil alle Fahrzeuge unbesetzt sind Slash Motor Slash Licht SIG ist kein Parkshow-Automat Jetzt fahre ich aber keinen, oder? Bestimmt nicht, bestimmt nicht, nee So Slash Start Reinigung Nein So, Radio ist aus, ich habe jetzt ganz schnell die Aufnahme beendet, nicht damit Ich jetzt irgendwelche Lizenzprobleme bekommen Ab geht's Okay, 80 km h, da muss ich aber aufpassen Wo's tust Okay Ja Das scheint ein sehr spannender Job zu zahlen Aber besser als die ganze Zeit nur auf dem Feld hin und her zu fahren So So Ich hätte links gehen müssen, fahren müssen, gehen müssen, getoten tutet Ist klar, ne? Okay Okay Links Ja 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 Das ist also ein Job nur zum rumfahren, so wie es aussieht Ich dachte schon, der will mich rammen Ich dachte schon, der will mich rammen Das denkt man halt, wenn Menschen abrupt abbremsen Mal aufpassen, wenn sie über die Straße gehen Mal aufpassen, wenn sie über die Straße gehen Erstmal töten Erstmal töten So, da vorne Ja, ich denke, man fährt einfach eine Runde, die einem vorgegeben wurde Dann kommt man zurück, also wenn man sofort weitermachen darf, dann wäre ich den Job Wenn nicht, dann nicht Hoffentlich darf ich dann gleich hinten liegen Naja, bis zum nächsten Payday mache ich den Job auf jeden Fall noch Das ist ja ein Kontrast Steher drauf Growth und Ballast regieren Ja, natürlich Äh, Achtung Ich dachte gerade, da war doch was Und ich hatte recht Na, ich, ähm, hab jetzt leider keine Total spannenden, wichtigen Gesprächsthemen oder irgend so was Also weiß ich jetzt auch nicht, worüber ich reden soll Hm? Das heißt, wir werden jetzt mal Dürbere reden, worüber ich nicht reden kann Weil ich nicht weiß, worüber ich reden soll Das war jetzt irgendwie komisch Okay, ähm Sekunde So, hab nur kurz was getrunken Okay, dann Da lang Und Davor Und dann Sieht schon aus, als wäre ich schon auf Rückweg wäre Ja Ja, auf jeden Fall Man hat nicht diese blöde Wartezeit Weil dann ist es eigentlich ein Job, wenn man sich ganz gut die Zeit totschlagen kann Also geht das klar Und ich guck jetzt mal gleich vorbei Wie viel die Scheine kosten Und ob man für alle Fahrlehrer braucht Oder Oder welche halt man ohne Fahrlehrer machen kann Wenn ich das mit dem Fahrlehrer Das finde ich schon ziemlich Schade Finde ich halt nicht so geil, wenn man da immer warten muss Und wenn da mal einer da ist, dann sind alle gleich immer Ähm, ich sag mal belegt Ja Ja Erstmal nur ein Licht haben So So Und Slash Carlock Ich sollte mein Auto nicht auf den Parkplätzen da stehen lassen Motor Licht Und ab zur Fahrschule Mal gucken Also jetzt 30.000 Euro Dollar Was auch immer Dollar Okay Okay Die Fahrschule war nicht da, wo es sonst ist Die war weiter unten Ja, ich weiß wieder wo Ich weiß wieder wo Wenn ich jetzt hier gerade ausgehe und dann rechts Also rechts das Gebäude nicht Ich muss rechts fahren Glaube ich zumindestens So So Bring einfach mal hier Guck mal Okay Die automatische Fahrschule war gleich da Genau Okay, also nur Auto und Motorrad, das ist nicht so geil Und hier kann man sich reparieren, aber nur wenn man an der Staatsfaktion, also irgendwann an der Staatsfaktion ist Hier lang Hier lang Ne, das ist gar log Oh ja, ich denk mit So So ich denke ich werde jetzt gar nicht mehr so lange das Video machen, aber ich weiß nicht wo ich hin soll Und SMP ist halt ein Spiel Da braucht man was worüber man hin soll Ich meine es gibt ein paar andere Spiele, da Hat man noch Themen, ich sag mal vorgegeben vom Spiel Da kann ich über das Spiel reden, aber ganz ehrlich Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas sagen könnte, was nicht schon jeder weiß Ich werde mir jetzt noch nach Hause suchen und dann werde ich aufhören Und ja, mein Info wieder zu Gesprächsthemen machen Damit Ja, ich fasse in den Videos zum Reden ab Oh, 2 kmh so schnell, das passt aber eigentlich auf die Toleranzgrenze Doch, das gibt's doch nicht Aua Hier gibt's nix, ne Dann miete ich mich irgendwo bei der Stadthalle ein Ich miete mich einfach da ein, wo ich letztes Mal schon wieder auch Warte mal Warte mal Ich muss 800 Dollar fahren, weil ich 2 kmh zu schnell gefahren bin Im Ernst? Okay Okay Also wenn ich was Äh Ja Begeistern